Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Mit am Start ist der liebe GameTolic. In diesem Gameplay wollen wir das gestohlene Flugzeug von Nick wiederholen. Er wollte mit seinem Flieger eigentlich Hope County verlassen. Dieses Gameplay ist auf meinem Twitch-Kanal entstanden. Link ist unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit diesem Video und los geht's. Ich meine, ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, ich... Meine Familie braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Diese Gefühlsdoselei ist nicht mein Ding. Ich bin übrigens Nick. So wie ich die Sekte kenne, haben sie meinen Flieger auf John Seeds Ranch gebracht. Das ist die einzige Piste, wo man das Ding landen kann. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt. Aber ich bin echt verzweifelt. Aha, sonst müssen wir das Flugzeug holen. Big man. Schlitten. So, ich hab's aktiviert. Oder wir benutzen mal so einen Mustang. Guck mal. Einfach mal Auto klauen. Ja, ey, mein Wagen. Waren wir hier schon? Nee, oder? Kann man hier irgendwo rein? Ah, ist egal. Machen wir später. Okay, der hat auf jeden Fall PS, der war... Wenn du geradeaus fährst, dann kommst du auf die Straße. Scheiße, Hubschrauber. Ey, was ist hier los? Die wollen uns aufhalten. Oh, in Vietnam. Ah! Wo soll ich mal mit... Ich versuch mal mit Raketenwerfer. Komm, Hubschrauber, komm! Ah, nee. Mit Raketenwerfer wird schwer. Boah, dieser Mustang, der ist nicht einfach zu steuern. Hallo? Ah! Aussteigen, aussteigen. Ich bin tot. Ich hol dich. Warte, warte, warte. Ich bin gleich tot. Was hol ich mir denn? Wo ist der? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du mich schnell heilen? Aber pass auf, hier ist Feuer. Warte erst mal, warte. Warte. Ja, versteck dich mal. Nein! Fuck. Nein! Ich kann überhaupt nichts treffen. Ja, die Mission ist nicht einfach. Ja, ich glaube, wir hätten lieber den, äh... Ja, mit dem, mit dem Truck hätten wir auch nichts geschafft. Cool. Ja, noch ein bisschen... mehr geschützt. Warte mal, guck mal, das ist hier in der Nähe. Okay, warte. Ah, ich hätte mal eine M60 übernehmen müssen. Also, wir müssen den einfach abholen und dann wahrscheinlich kämpfen. In der Luft kämpfen. Vorsicht, Auto. Hä? Ist das meine Markierung? Weiß ich nicht. Ist da sie markiert? 600 Meter von hier. Ah, hier ist ein Auto. Moment, Moment, ich komm. So, jetzt kann es losgehen. Vorsicht, Zivilist. Schon wieder ein Geisel. Hauptsache, der Hubschrauber kommt nicht. Stimmt. Stimmt. Autsch. Vorsicht. Ja, okay, 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 langsam, langsam, langsam. Ich glaube, wir brauchen mal Waffen mit Schalldämpfer. Oh ja. Kaufen können wir, wieso habe ich das nicht gemacht? Oh ja. Mal gucken, ob hier noch irgendetwas ist. Drei Leute. Ich glaube, da war jemand. Nur drei? Warte mal. Oh, der hat es gesehen, Vorsicht. Kommt hier hin. Was wollen wir denn mal mit dem Stein? Ich habe ihn mit dem Stein abgeworfen. Haben die uns entdeckt? Ja. Ja. Oder die formieren sich. Ja, ich glaube, die haben uns entdeckt. Leider. Ich muss eben noch einen mit Raketenwerfer abschießen. Irgendwo ist ein Sniper. Irgendwo ist ein Sniper. Oh. Oh. Oh, oben Angriff. Fuck. Wow, ich bin tot. Irgendwo ist ein Sniper. Sniper da oben. Scheiße. Aber, ich finde es mir komisch, dass der mich durch den Busch sehen kann. Ja, die können eigentlich... Vorsicht, der zielt auf dich gleich. Jo, danke. Jetzt die Aufgabe geschafft. Ich gehe mal hier auf die andere Seite. Was ich geschafft habe. Ich bin im Haus. Ich werde mit Mörsern attackiert. Scheiße. Hast du den Sniper eigentlich gekillt gehabt? Warte. Einen habe ich. Au. Irgendwer schießt mich ab. Ja, da muss noch irgendwo ein Sniper sein. Einer war auf... Einer war auf dem Dach. Ich sehe den nicht. Ähm. Sonst lassen wir gleich direkt ins Haus erstmal. Ich sehe den nicht. Ich habe irgendeine Karte geklaut. Scheiße, ich stehe voll offen. Äh, hier ist das Flugzeug. Wir müssen hier rein. Bin gleich tot. Warte, ich muss mich eben... Mit dem Flammenwerfer kann ich irgendwie hier nichts machen. Wo bist du? Ich bin im Haus. Wir müssen hier das Flugzeug nehmen. Komm. Okay, warte. Welchen Haus genau? Ja, wo das Flugzeug drin ist. Ach so. Ja, warte. Ich komme, ich komme. Warte. Schnell. Ja. Kannst losfliegen. Kannst losfliegen. Hä? Ihr Schweine. Ich kann nicht schießen. Das ist ja scheiße. Moment. Wie kann man denn jetzt hier aufsteigen? Oh. Mit, mit Leertaste? Warte. Warte, ich gucke mal eben. Flugzeugsteuerung. Gameplay. Ah. Was ist das? Wie geht denn das? Äh. Beschleunigung. Leertaste. Abbremsen. Oh. Hinten neigen ist S. Nach vorne neigen W. Wow. Links rollen, rechts rollen, beschleunigen ist Leertaste. Okay, das Fliegen muss ich noch ein bisschen üben. Wow. Komm. Ein, aus, shift. C ist bremsen. So, nach links. Hä? Ich kann nichts machen. Oh. Ich verlässe das Missionsgebiet. Also, ey, das, das Fliegen mit Flugzeug ist viel anstrengender als Hubschrauber. Ja, glaube ich, glaube ich. Wow. Ja, aber das komisch war, der hat mir vorhin nicht die, äh, Tasten angezeigt, was ich machen muss. So, okay. Okay. Ah, cool. Transparenz-Bomben mit Shift. Kannst du das denn machen? Also, geht das bei dir? Okay, jetzt geht's mit dem Lenken. Das war's. Du packst das. Bloß nicht zittern. Okay, ist nicht so einfach, aber... Er bereitet mir Sorgen. Er stellt sich immer ein bisschen quer. Kannst du Bomben werfen, oder was? Oder nur ich, oder was? Ist ja blöd. Ist echt doof, irgendwie. Aber fliegen geht wieder, ja. Jetzt, jetzt. Jetzt hab ich's. Ich hab mich gefangen. Oh. Ja, das Lenken ist doch ein bisschen komplizierter als... Beim Hubschrauber. Wow, das war knapp. Boah. Neben dem kannst du, glaub ich, auf Wasser landen. Ja, okay. Ich kann dir sagen, von meinem Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulig. Aber ist meins noch unterwegs? Wenn ich mein Zuhause aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Ja, quasi mit mir zu viel. Oh ja. Nix zu tun. Ah, guck mal. Ein Bär. Das ist ein Bär, oder? Oh, zwei. Zwei sogar. Ja, also man muss sich, äh, sehr konzentrieren hier. Cool. Hier ist ein gutes Jagdgebiet. Oh ja. Ich hab das Gefühl, die Steuerung ist noch etwas schwieriger als bei Battlefield 1. Obwohl, bei Battlefield 1 war es eigentlich ganz gut. Da konnte ich sogar fliegen. Oh. Du bist ein echtes Fliegerass. Du bist quasi der nächste Klatschniksen. Mann, der war so cool. Klatschniksen. Zerstöre. Irgendwas müssen wir wieder hier zerstören. Ich kann, ähm... Was will ich denn? Ich kann jetzt so eine Bombe aktivieren. Mit Shift. Mit Shift kannst du anvisieren und dann mit Maustaste, äh, linke Maustaste, glaube ich, werfen. Jetzt? Ja. Was? Was müssen wir machen? Ich will Flugzeuge abschießen. Oh fuck. Wo sind wir denn überhaupt? Achso. Boah, das... Das ist eine Mission, ey. Ich darf nichts machen, ey. Nimm mich komisch, ja. Darf man nur gucken. Ich spür's schon, ey. Viel Spaß. Soll ich wieder Bomben abwerfen? Versuch mal. Mal gucken, ob das klappt. Der ist nur ein Typ. Der hat's überlebt. Gefällt. Der sagt, ja, ich lebe noch. Du hast mich nicht gewünscht. Was, der wird's nicht kriegen. Lalalala. Ich zeig dir, wie man's macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. So. Okay, jetzt müssen wir landen. Geht's schon schief gehen. Hm. Mit C kannst du langsamer werden. Ja. Versuch ich. Ist klar. Ups. Boah, das war ne harte Landung. Aber wir leben. Oh, nein. Nicht abheben. Nicht abheben. Noch mal. Moment. Ich muss jetzt irgendwie drehen. Ja, man darf nicht verwechseln mit Auto. Dieses Flugzeug. Ich versuch, ich versuch das zu stellen wie ein Auto. Deswegen. Okay, geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist hier. Du Satansbraten hast du. Du hast sie. Danke. Ja, war doch kein Problem. Das Flugzeug ist zurück. Ja? Habt ihr hört? Hey, komm schon. Wir drehen sie um. Komm schon, pack an. Ja. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas für ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon. Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit drei Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich hab ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Oh, oh. Jetzt müssen wir Luftkampf machen. Oh. Oh, guck mal, die Mission ist noch nicht zu Ende. Ja. Heftig. Was ist denn hier wohl in Action? Machen. Ich hab nur einen Flammenwerfer. Sichere, nächstes Haus. Okay. Du hast die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist im Haus. Ich mach da einen Nahkampf. Pass auf sie auf. Hey, wo sind die denn? Ah, hier ist einer. Stecken sie. Stecken sie, die Schwanne. Zwei hab ich. Kim, ich komme. Oh. Also, der muss so lange den Typen da besiegen oder was. Hä? Oh. Die sind im Haus, ne? Vorsicht. Ja, oder soll ich die mal nicht anzünden? Was? Ja, ich hab so einen Flammenwerfer halt. Ah, die sind alle hier drü- Ah. Scheiße. Ah, warte. Wir müssen auf die andere Seite, ne? Andere Seite? Ja, die sind hier. Ich geh mal aufs Dach. Die sind alle hier draußen. Okay, zwei hab ich schon mal. Wie der sich freut. Was? Ich bin auf dem Dach. Wow, Scharfschützen. Okay, einen hab ich. Oh. Der hat mich entdeckt. Einen anderen hab ich. Ich hab vorhin die Eier geschossen. Autsch. Das hat wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. Ich hab's geschafft. Ich glaub, der muss landen oder so, oder? Der Typ. Das kann sehr gut sein, ja. Wow. Sind die frech. Scheiße, der ist jetzt mal hier ein bisschen zu heiß. Was? Da kommen noch mehr über die Landebahn. Bleib auf Distanz. Ich bombardier die Typen. Ah. Ich glaub, da kommen jetzt von links wieder welche. Ja. Schwer bewaffnet. Also die, äh, Schützen sind schon mal weg. Ja. Ach, guck mal. Wollen die denn hin? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht. Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst. Kim. Nick. Dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein grisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Jetzt bleiben wir zu Hause. Sag einfach Bescheid. Du und ich. Wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was. Bitte pass auf ihn auf. Kein Problem. Ich kann ja nichts versprechen. Ich hoffe es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr wünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.